Heute geht es um die Sohlebäder. Jeder Alltag ist stressig, egal ob jung oder alt. Und da kann man bei uns sehr gut entspannen. Die Sohle bezieht sich bei uns direkt aus badereichem Hals. Das kommt quasi direkt aus dem Hahn raus. 27%ige Sohle, das heißt, dass man ungefähr ein Viertel Sohle benutzt und drei Viertel Wasser. Dann ist das das ideale Verhältnis, man kann einen Badezusatz reintun, Lavendel, Kamille, was man auch immer gerne mag. Was hinterher gut ist, man duscht die Sohle quasi nicht ab, man trocknet sich ab, damit die Sohle ein bisschen nachwirken kann. Hautkrankheiten sind bei uns ganz speziell, vor allem auch bei Atemwegserkrankungen, egal ob Asthma, da bietet sich die Sohle natürlich total an. Egal ob jung oder alt, ich würde es jedem empfehlen. Bis zum nächsten Mal.